Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Clonoa. Im letzten Part hier haben wir den ersten Boss besiegt und jetzt gehen wir zu Vision 2.1. In das nächste Gebiet. Auch hier tolle Musik, auch ein Science aus dem Spiel übernommen und ein neuer Gegner. Ein Hase mit roten Augen, man, das ist so toll. Und da ist noch ein neuer Gegner, der rollt und dann springt er hoch und dann kann man ihn auch wieder, ähm, hier, dingsen. Ja. So, und da hinten auch noch ein neuer Gegner, ne? Hab man gesehen, denke ich. Also im zweiten Gebiet gibt's relativ viele neue Gegner, wie man so sieht. Moment, da will ich hoch. So. Fast. Na. 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 So. Das war's glaub ich nicht wert. Aber egal. Passt. Ähm, hier auch ein neuer Gegner. Die sind auch nicht süß, Mann. Das ist voll schlimm. Ähm, was bist du da eigentlich? Ich weiß gar nicht mal, was du sein sollst. Das ist irgendwie komisch. So. Schwupps. Und da haben wir das erste Puzzleteil. Ähm, was übrigens auch toll ist, ähm, hier sind die Puzzleteile anders aufgeteilt als, ähm, im PS1-Teil. Ähm, das find ich echt toll, eigentlich, ja. Also im PS1-Teil waren's einfach nur... Hab ich voll nicht getroffen. Ähm, waren's einfach nur... ...sechs Teile, also... ...dieses Eigenrecht wurde einfach nur in sechs geteilt und... ...hier in diesem Teil sind's halt, ähm, ne, Fragmente von... ...dem... ...Bild. Also, ne, erst mal diese, diese... ...Kreise da oben, dann... ...ne, und so weiter halt. So, da haben wir also den zweiten Teil. Das ist gut. Kann ich den da oben schon bekommen? Theoretisch ja, oder? Oh, wieso, wieso... ...wieso... ...spackt der Sound in diese Aufnahme so rum? Vielleicht liegt's an der Aufnahme, das kann sein, aber... ...ist doch doof. Wenn die Soundkanäle asynchron sind... ...vielleicht sollte ich auf Mono umstellen, das wäre vielleicht etwas besser. Ja, das werde ich dann wahrscheinlich im nächsten Parton machen, dann... ...ne? So. Ach genau, da muss ich noch gar nicht hin, da komm ich erst später hin. Ach, schade. So, also gehen wir erst hier lang. Boing. Boing. Genau, und... ...da war der Seife gefäumt. Ach genau, Moment, das war so... ...schwupps, und dann... ...werfen. Okay. So, und wieder... ...zurück. Ja. Zurück. Gut, ähm... ...das war sehr... Moment. Moment! Habe ich das gerade richtig gesehen? Ach so, ja! Das war, ähm, sehr gut. Moment. Hä? Wieso? Ach so, ich hatte vor... ach so. Gut, dann halt, ähm, nochmal das Puzzleteil aufsammeln. Nicht wahr? Und so ist das. Und jetzt ist nicht mehr runterfallen, bestenfalls. Da komm ich so nicht hoch, also warten wir einmal ab. Oh mein, okay, ich hab ihn doch. So, und hier ist eine Tür für... ...für die man einen Schlüssel braucht. Den ich... ...so... ...bleib aus der Stelle. Ah, okay. Was auch immer. Ja, und da... ...ist... jemand. Und wer hat das gedacht? Werdet das gedacht? Was war das eben? So. Und mit dem Schlüssel kommen wir... Oh, wie genial. Der Schlüssel ist dann auf dem Rücken. Das ist auch ein tolles Detail, Mann. Das war früher nicht. Er wurde dann irgendwo in... in die Menüleiste unten gesetzt. Glaub ich. Ja. So, dich nehmen wir mit. Boing. Ganz genau. So, verbrauchen wir dich dann nur, ist die Frage. Oh, da hinten. Oho, oho, oho. Kommen wir wieder zurück. Wir wollen das Ding... Na, andere Richtung. Wow. Okay. Und mal schauen, ob ich das Ei da aufbekomme. Ne, aber... Ja, das war schlecht. Komm. So nochmal. Jetzt. Okay, das war auch schon wieder falsch. Ah, so hier. Amen. So. Noch zwei Puzzleteile, dann haben wir's. Das ist gut. Das gefällt mir. Dann nehmen wir dich, um dieses Ei zu öffnen. Oh, ein Schlüssel. Da seht ihr, der Schlüssel ist auf seinem Rücken. Das ist irgendwie toll. Das können wir durch diese Tür. Trotzdem fehlen noch zwei Puzzleteile. So, durchnehme ich mit. Da unten ist ein Ei. Ein Puzzleteil. Oh, 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 oh. Das war knapp. So, ich weiß nicht, ob die Edelsteine auch zu 100% beitragen, aber ich versuche mal alle einzusammeln, ich schwöre. Das werden wir da dann sehen, was sie machen. Und da hinten ist das letzte Puzzleteil. Sehr schön. Geht mal da weg. So, komm. Sehr schön. Okay, dann. Ja, und da sind noch mal Edelsteine. Die nehmen wir natürlich alle mit. Und hier haben wir einen Multiplikator. Den haben wir schon mehrmals gesehen, nicht wahr? Hab ich trotzdem noch nicht erklärt, aber egal. Wen interessiert's, nicht wahr? Schwups. Ähm, und das war's dann auch schon von diesem Level. Ja. Quasi. Ja. 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 婆, bathtub, 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 zum Schluss dasselbe! Schupp, nicht不能 interessieren! Ich bin ein Mann, aber ich bin ein Mann, aber ich bin ein Mann. Ja, auf geht's nach Krug, nicht wahr? Und jetzt haben wir Version 2.1 geschafft. So, speichern wir mal schnell. Und dann würde ich auch schon sagen, dass der Part hier zu Ende ist, nicht wahr? Das war kürzer als der letzte Part, behaupte ich, aber trotzdem, das dürfte reichen. Also, bis zum nächsten Mal. Let's Play Clonor.